Flying Mad Podcast Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen. In dieser Meditation nehmen wir uns gemeinsam Zeit, das vergangene Jahr in Frieden abzuschließen und die stille, kraftvolle Zeit zwischen dem alten und dem neuen Jahr zu genießen. Finde eine bequeme Position. Schließe Deine Augen und lass Dich so tief in die inneren Welten eintauchen. Du beginnst diese Jahresabschlussmeditation, indem Du Dir bewusst machst, dass Du gerade im Hier und Jetzt bist. Nicht in der Vergangenheit, im alten Jahr, aber auch nicht im neuen Jahr. Die beste Art und Weise, ins Hier und Jetzt zu kommen, ist das ganz tief einzuatmen und noch viel tiefer auszuatmen. Atme tief ein und aus. Spüre den Rhythmus Deines Atems. Lasse alle Anspannung los und fühle Dich ganz geborgen in diesem Moment. Während Dein Atem Dich sanft begleitet, beginne einen Raum des Friedens um Dich herum zu visualisieren. ein Raum, in dem Du Dich sicher fühlst. Dies kann der Raum sein oder die Umgebung, in der Du Dich befindest oder Du nutzt die Macht der Magie, um Dich in Deinen Raum des Friedens und der Stille zu beamen. Atme nochmal tief ein und aus. Hol Dich ganz in diesen Moment. Und wenn Du den Moment fühlst, dann lausche der angenehmen Stille um Dich herum. Diese Stille repräsentiert die Übergangszeit zwischen dem, was war und dem, was kommt. Du befindest Dich im Hier und Jetzt und auch zwischen dem Alten und dem Neuen Jahr. Spüre, wie diese Stille Dich sanft umarmt und Dir den Raum für Reflexion schenkt. Blicke zurück auf das vergangene Jahr. Indem Du Dich jetzt ganz bewusst an Momente aus diesem vergangenen Jahr erinnerst, hol Dir das Jahr nochmal vor Dein inneres Auge. So ein Jahr hat schwierige Tage, dunkle Tage, aber auch helle Tage, glückliche Momente. Beginne jetzt erstmal bei den Augenblicken in diesem Jahr, an denen Du stark warst. Vielleicht gibt es Situationen, wo Du wahrlich ein Krieger bzw. Kriegerin warst, gekämpft hast, vielleicht auch Deine Grenzen behauptet hast. Vielleicht warst Du dabei auch sehr mutig. Nimm jetzt nochmal für einen Moment die Kraft wahr, die Dich in Deinen starken Momenten durchströmt hat. Gerne kannst Du hier auch die Yoga-Haltung Krieger visualisieren. Stell Dich kraftvoll in diesem Moment. Vielleicht kennst Du das auch aus dem vergangenen Jahr, dass es nach diesen kraftvollen Momenten oft auch Augenblicke gab, bei denen Du Dich erholen musstest. Siniere nochmal in Deinem inneren Auge kleine oder größere Phasen in diesem Jahr, an denen Du Dich leicht zurückgezogen hast, wo Du regenerieren musstest. Und dabei blicke aber auch mit einem verzeihenden Auge auf Dich. Es ist okay, auch schwache Momente zu haben, denn die braucht es, um die kraftvollen Momente durchleben zu können. Innerlich visualisiere dabei eine Umarmung. Natürlich darfst Du auch Dich selber jetzt umarmen. schenke Dir selber Wärme und Trost für all die schwierigen Momente, für die kraftlosen Momente. Gerade auch in sehr schweren Momenten fühlen wir tiefe Emotionen. Aber Du kennst ja auch die Stärke, die in Dir steckt, um diese Schwierigkeiten nach und nach zu überwinden. Vielleicht gab es Freundschaften, die Dich durch die dunklen Tage oder die schwierigen Tage dieses Jahres begleitet haben. Schenke an all die Personen, es können auch kleine Begegnungen sein, Mikrobeziehungen. Lasse sie Revue passieren und bedanke Dich innerlich und bedanke Dich innerlich bei all den Menschen, die Dich getragen haben. Nicht zuletzt hast natürlich auch Du Dich selber getragen. Nach jedem Moment der Schwäche gibt es auch den Moment, wo wir wieder aufstehen. Vielleicht auch mutige Entscheidungen treffen, uns selber befähigen, neue Wege zu gehen und Herausforderungen bewusst anzunehmen. Vielleicht gibt es Momente oder Entscheidungen, wo Du diese Entschlossenheit besonders gespürt hast. Mit all Deiner Kraft, Entschlossenheit, hast Du im vergangenen Jahr auch die schwierigen Tage gemeistert. Angenommen. Sie sind Teil Deines Lebens. Genauso gibt es aber auch Momente des Glücks, Highlights. In Deinem inneren Auge visualisiere ein paar wunderschöne Momente aus dem vergangenen Jahr. Augenblicke des Glücks, Lachen, Freude, Verbundenheit, Verbundenheit, kleine Momente, besondere Orte, Gerüche, Eissorten. Zähle für Dich auf, mit was Du positive Erinnerungen verbindest. Tauche ganz in diese Momente des Glücks ein. Gehre in den Raum der Stelle zurück, in der Reflexion des vergangenen Jahres erkennst Du vielleicht, dass Du viele neue Begegnungen hattest. Verschiedene Orte, verschiedene Personen, verschiedene Erlebnisse, auch innere Themen, die Dich begleitet haben, im Guten wie im Bösen. Und all diese kleinen Nuancen Deines Lebens haben Dich vielleicht doch ein Stück weit zu einer anderen Person werden lassen. Spür mal hinein in Deine Erfahrungen des vergangenen Jahres und evaluiere für Dich, wo Du gewachsen bist innerlich. Wenn Du in das vergangene Jahr hineingespürt hast, mit Deiner Kraft, Deinen schwierigen Momenten, den Highlights, Deinem persönlichen Wachstum, dann ist es ein guter Moment, jetzt mit dem vergangenen Jahr abzuschließen. Atme auch hier nochmal ganz tief bis unter Deinen Bauchnabel. Dann sende einen Gruß an das vergangene Jahr. Verabschiede Dich, lass los. mit einer sanften Verneigung lass das vergangene Jahr entweichen. Mit einem guten Gefühl bedankst Du Dich für die Erinnerungen, für diese Zeit. Vielleicht möchtest Du auch mit Deinem Atem das vergangene Jahr von Dir weghauchen. Mit jeder Einatmung kommst Du mit dem Atem dem neuen Jahr schon etwas näher. Atme das neue Jahr ein und lass das Alte los. In Frieden und Dankbarkeit mit Liebe lässt Du das vergangene Jahr ruhen. Quittiere Deinen Dank mit einem sanften Lächeln. Beginne zu blinzenen, vielleicht zwinkelst Du auch nochmal dem vergangenen Jahr nach und so hol Dich langsam zurück ins Hier und Jetzt. Vielen Dank für Deine Teilnahme. Ich hoffe, dass Dich diese Meditation auf Deiner Reise zur inneren Transformation ins neue Jahr begleitet hat. Bis zum nächsten Mal. Namaste Teil. Untertitelung des ZDF, 2020